So, ich begebe mich auf die Suche nach CD Nummer 2. Das Problem ist ja immer, dass die CDs irgendwie einzeln drum liegen. Hier habe ich alle Farben. Auch sehr ähnlich, ein bisschen bekannter. Materia ist hier das Richtige auch drin. Zum Glück in die Zukunft 2. Ja, das ist Materia, Deutschrap. Kennen bestimmt viele Kids, zwei Finger am Kopf und so. Ein paar Hits dabei. Ja, gab es mal ein Angebot für einen Fünfer. Dachte ich, schlage ich zu. Materia fand ich immer ganz cool irgendwie. Das fokussiert hier ja gar nicht richtig, aber ist auch eigentlich vollkommen egal. Weil man würde ja viel lieber die Musik jetzt hören, anstatt mein dämliches Gelaber. Auf jeden Fall tue ich das jetzt auch hier mit rein. CD Nummer 2 ist am Start. Wir sehen uns im nächsten Video.